Ihr Glaube ist ihr Schicksal. Kapitel 4. Wen sucht ihr? Ich habe euch gesagt, ich bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Johannes 18,8. Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Johannes 18,6. Heute wird so vieles gesagt über Meister und ältere Brüder, sodass sich eine Vielzahl von Wahrheitssuchenden auf falschen Fährten verirrt. Gegen Entgelt bieten die meisten dieser Pseudolehrer ihren Schülern eine Einweisung in das Mystische, mit dem Versprechen, sie zu führen und zu leiten. Des Menschen Schwäche nach Führern, sowie seiner Schwäche Idole zu vergöttern, macht ihn zur einfachen Beute für diese Institutionen und Lehrer. Zu den meisten dieser Schüler kommt das Gute. Nach Jahren des Wartens und des Kämpfens werden sie entdecken, dass sie einem Trugbild gefolgt sind. Sie werden dann desillusioniert sein und diese Enttäuschung wird den Preis und den Einsatz, den sie für ihre fruchtlose Suche gezahlt haben, wert sein. Sie werden sich dann von der Vergötterung von Menschen abwenden und entdecken, dass das, was sie suchen, nicht in einem anderen gefunden werden kann. Denn das Königreich des Himmels ist in ihnen. Diese Erkenntnis wird ihre erste wirkliche Einweisung. Die gelernte Lektion wird folgende sein. Es gibt nur einen Meister und dieser Meister ist Gott, das Ich bin in jedem von ihnen selbst. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land der Dunkelheit geführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Ich bin, ihr Bewusstsein, ist Herr und Meister. Und neben ihrem Bewusstsein gibt es keinen Herrn oder Meister. Sie sind Meister über alles, über das sie sich jemals bewusst sein werden. Sie wissen, dass sie sind, nicht wahr? Zu wissen, dass sie sind, ist der Herr und Meister dessen, von dem sie wissen, dass sie es sind. Man könnte sie komplett isolieren von all dem, von dem sie sich bewusst sind, dass sie es sind. Und doch, entgegen aller menschlichen Barrieren, würden sie all die Dinge, über die sie sich bewusst sind, aufwandslos zurück in ihr Leben ziehen. Der Mensch, der sich bewusst ist, arm zu sein, braucht nicht die Hilfe von anderen, um seinen Zustand der Armut auszudrücken. Der Mensch, der sich bewusst ist, krank zu sein, selbst wenn er in einem gefahrensicheren Bereich isoliert ist, wird Krankheit ausdrücken. Es gibt keine Barrieren für Gott und Gott ist ihr Bewusstsein. Unabhängig davon, worüber sie sich bewusst sind, sie können und werden es ausdrücken, ohne jeglichen Aufwand. Hören sie auf, auf den Meister zu warten. Er ist immer mit ihnen. Ich bin immer mit dir, selbst am Ende der Welt. Mit der Zeit werden sie sich über vieles ihrer selbst bewusst. Aber sie brauchen nichts, um zu wissen, dass sie sind. Sie können sich, wenn sie dies möchten, von dem Körper, den sie tragen, lösen. Sie werden dann merken, dass sie gesichts- und formloses Bewusstsein sind. Und dass sie nicht abhängig von der Form sind, welche sie in ihrer Außenwelt verkörpern. Sie werden wissen, dass sie sind. Sie werden außerdem entdecken, dass dieses Wissen Gott ist. Der Vater, welcher über allem steht, wovon sie sich je zu sein bewusst waren. Bevor die Welt war, waren sie sich bewusst zu sein. Und so sagten sie, ich bin. Und ich bin wird sein, nachdem alles, von dem sie wissen, dass sie es sind, verschwindet. Es gibt keine aufgestiegenen Meister. Verbannen sie diesen Aberglauben. Sie werden für immer von einem Bewusstseinszustand, in Klammern Meister, in einen anderen aufsteigen. Indem sie das tun, manifestieren sie die aufgestiegene Stufe, den neu erlangten Bewusstseinszustand ausdrückend. Da Bewusstsein Herr und Meister ist, sind sie Meistermagier, das beschwörend, worüber sie sich jetzt zu sein bewusst sind. Gott, in Klammern Bewusstsein, ruft jene Dinge, die nicht sind, als ob sie wären. Dinge, die nicht sichtbar sind, werden in jenem Moment sichtbar, in dem sie sich darüber bewusst werden, das zu sein, was noch nicht sichtbar ist. Das Aufsteigen von einem Bewusstseinszustand in den anderen ist der einzige Aufstieg, den sie jemals erleben werden. Sie beschlagnahmen den Bewusstseinszustand, den sie ausdrücken möchten, indem sie fühlen, dass sie diesen Zustand jetzt ausdrücken. Das ist der Aufstieg. Es ist grenzenlos, denn sie werden nie ihre Kapazität an höheren Bewusstseinszuständen aufbrauchen. Kehren sie ihrem Aberglauben an menschlichen Aufstieg und meistern den Rücken zu und finden sie den einzigen und ewigen Meister in ihnen selbst. Viel größer ist der, der in dir ist, als der, der in der Welt ist. Glauben sie dies. Schreiten sie nicht fort in Blindheit. Dem Trugbild von Meistern folgend. Ich versichere ihnen, ihre Suche kann nur in Enttäuschung enden. Wenn du mich, in Klammern ihr Bewusstsein, verweigerst, so verweigere ich auch dich. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Und prüfe mich, ob ich euch nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Glaubst du daran, dass das Ich Bin in der Lage ist, dies zu tun? Dann beanspruche, dass ich das bin, was du in deiner Welt ausdrücken möchtest. Beanspruche, das zu sein, was du sein möchtest und du wirst es sein. Nicht aufgrund von Meistern gebe ich es dir, sondern weil du mich, in Klammern dich selbst, als solches erkannt hast, werde ich es dir geben. Denn ich bin alle Dinge für alle. Jesus würde nicht zulassen, dass man ihn einen guten Meister nennt. Er wusste, dass es nur einen guten und nur einen Meister gibt. Er wusste, dass es sein Vater im Himmel, sein Bewusstsein ist. Das Königreich Gottes, in Klammern gut, und das Königreich des Himmels sind in ihnen. Ihr Glaube an Meister oder Herren ist eine Bekenntnis ihrer Sklaverei. Nur Sklaven haben Meister. Ändern sie ihre Überzeugung von ihnen selbst und sie werden, ohne die Hilfe von Meistern oder sonst irgendjemanden, ganz automatisch ihre Welt im Einklang mit ihren veränderten Überzeugungen über sie selbst formen. Im vierten Buch Mose wird gesagt, dass es eine Zeit gab, in der Menschen in ihren eigenen Augen wie Grashüpfer waren. Aufgrund dieser Überzeugung von sich selbst sahen sie Riesen im Land. Dies ist heute genauso wahr wie damals. Des Menschen Überzeugung von sich selbst ist die eines Grashüpfers, sodass er die Umstände um ihn herum ganz automatisch wie Riesen erscheinen lässt. In seiner Blindheit fleht er nach Meistern, die ihm helfen sollen, diese riesigen Probleme zu bekämpfen. Jesus versuchte, den Menschen zu zeigen, dass die Erlösung in ihnen selbst war und warnte sie davor, den Erlöser nicht in Orten oder Menschen zu suchen. Wann auch immer jemand kommt und sagt, schau hier, schau dort, so glaube ihm nicht, denn das Königreich des Himmels ist in dir. Jesus verweigerte nicht nur, dass man ihn einen guten Meister nannte, auch warnte er seine Anhänger. Er machte deutlich, dass sie keine andere Autorität oder höhere Macht wahrnehmen sollten, keine andere außer Gott, dem Vater. Jesus etablierte die Identität des Vaters als das Bewusstsein des Menschen. Ich und mein Vater sind eins, aber mein Vater ist größer als ich. Ich bin eins mit allem, von dem ich mir zu sein bewusst bin. Ich bin größer als das, worüber ich mir zu sein bewusst bin. Der Schöpfer ist größer als seine Schöpfung. So wie Moses die Schlange in der Wüste aufhob, so muss auch der Menschensohn erhoben werden. Die Schlange symbolisiert den derzeitigen Bewusstseinszustand des Menschen. Ein Wurm in der Wüste, welcher in der Wildnis menschlicher Verwirrung lebt. So wie Moses sich selbst von seiner Wurm-in-der-Wüste-Überzeugung über sich selbst erhob, um zu erkennen, dass sein Bewusstsein Gott ist, ich bin hat mich gesandt, so müssen auch sie erhoben werden. An dem Tag, an dem sie das beanspruchen, was Moses beansprucht hat, ich bin, der ich bin, an jenem Tag wird ihr Anspruch in der Wildnis erblühen. Ihr Bewusstsein ist der Meister-Magier, welcher alle Dinge heraufbeschwört, indem er das ist, was er heraufbeschwören will. Dieser Herr und Meister, der sie sind, kann und macht alles, worüber sie sich zu sein bewusst sind, sichtbar in ihrer Welt. Kein Mensch, in Klammern Manifestation, kommt zu mir, außer der Vater Zitin. Und ich und mein Vater sind eins. Sie ziehen kontinuierlich das zu ihnen, wovon sie überzeugt sind, es zu sein. Ändern sie ihre Vorstellung von ihnen selbst, von der des Sklaven, zu der von Christus. Seien sie nicht beschämt, dies zu beanspruchen. Dadurch, dass sie beanspruchen, ich bin Christus, werden sie die Arbeit von Christus verrichten. Die Arbeit, die ich mache, solltet auch ihr machen. Und großartigere Arbeit als diese sollt ihr machen, denn ich gehe zu meinem Vater. Er vereinte sich mit Gott und fand keinen Raub daran, die Arbeit von Gott zu verrichten. Jesus wusste, dass jeder, der es wagte, anzunehmen, Christus zu sein, automatisch die Leistungsfähigkeit annehmen würde, die notwendig ist, um die Arbeit seiner Annahme von Christus auszudrücken. Jesus wusste auch, dass diese exklusive Nutzung des Prinzips des Ausdrückens nicht ihm allein gegeben war. Er verwies beständig auf seinen Vater im Himmel. Er machte deutlich, dass derjenige, der sich vorzustellen wage, dass er größer ist als er, in Klammern Jesus, sich selbst zu sein vorstellte, es seiner Arbeit nicht nur gleich tun, sondern diese übertreffen würde. Jesus, deutlich machend, dass er und sein Vater eins waren, aber dass sein Vater größer war als er, entdeckte, dass sein Bewusstsein, in Klammern Vater, eins war mit dem, wovon er zu sein überzeugt war. Er sah sich selbst als Vater oder Bewusstsein größer als das, wovon er als Jesus zu sein überzeugt war. Sie und ihre Überzeugung von ihnen sind eins. Sie sind und werden immer größer sein als jede Überzeugung, die sie je von sich haben werden. Der Mensch scheitert daran, die Arbeit von Jesus Christus zu tun, weil er versucht, diese von seinem derzeitigen Bewusstseinszustand zu verrichten. Sie werden ihre derzeitigen Leistungen niemals durch Verzicht und Kampf überschreiten. Ihre derzeitige Bewusstseinsstufe wird nur überschritten, wenn sie ihren gegenwärtigen Zustand fallen lassen und zu höheren Zuständen aufsteigen. Sie steigen zu einem höheren Bewusstseinszustand auf, indem sie ihre Aufmerksamkeit von gegenwärtigen Limitierungen abziehen und diese durch das ersetzen, was sie sein möchten. Versuchen sie dies nicht durch Tagträumerei oder Wunschdenken, sondern auf positive Art und Weise. Nehmen sie an, das zu sein, was sie sein möchten. Ich bin das. Kein Verzicht, keine Diät, keine menschliche Trickserei. Alles, was von ihnen verlangt wird, ist, ihr Verlangen zu akzeptieren. Wenn sie wagen, es anzunehmen, werden sie es ausdrücken. Meditieren sie hierzu. Ich freue mich nicht über die Opfer der Menschen, nicht durch Herr noch durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Frag und du wirst empfangen. Komm, esse und trinke ohne einen Preis. Die Arbeit ist beendet. Alles, das von ihnen verlangt wird, um diese Qualitäten auszudrücken, ist anzunehmen. Ich bin das. Nehmen sie an, dass sie das sind, was sie sein möchten und sie werden es sein. Der Ausdruck folgt dem Eindruck. Er geht niemals voran. Der Beweis, dass sie es sind, folgt der Annahme, dass sie es sind. Er geht niemals voran. Lasse alles hinter dir und folge mir, ist eine doppelte Einladung für sie. Erstens lädt es sie dazu ein, all ihre Probleme hinter ihnen zu lassen und zweitens fordert es sie dazu auf, weiter in der Annahme zu wandeln, dass sie bereits das sind, was sie sein wollen. Seien sie nicht wie Loths Frau, welche zurückblickte und in der Toten Vergangenheit konserviert wird. Genesis 19 Seien sie wie Loth, der nicht zurückblickt und den Fokus auf seine Vision über das gelobte Land hält, dem Verlangten. Tun sie dies und sie werden wissen, dass sie den Meister gefunden haben, den Meister Magier, der das Unsichtbare auf Befehl sichtbar macht. Ich bin das. von oben, das ein Es tut mir nicht leicht, Und die meine Erfahrung ist, Sch Telk, Und die Frage, Untertitelung des ZDF, 2020